Don't forget to subscribe! Ja, wiederum hatte ich ja auch im letzten Part einige lustige Sachen erzählt und auch einige Hinweise gesagt. Ich habe jetzt einige aufgeschrieben, die mir noch eingefallen sind, also nach dem selben Tag zum Glück, bevor mir die komplett weg waren. So, und zwar ganz am Anfang des Parts habt ihr ja gesehen, dass ich da das Ameisenlevel nochmal komplett gezeigt habe. Das habe ich auch am Anfang gesagt, dass ich es nochmal komplett zeige. Ähm, dann, die eine Stelle, wo ich dann die erste Ameise mit dem Hammer getötet habe, habe ich ja dann erwähnt, dass es eigentlich viel zu brutal ist, ähm, eine Ameise oder mehrere Ameisen mit dem Hammer zu zerquetschen, unter anderem, weil ja grünes Blut kommt und weil das Spiel ab 12 ist. Fand das schon ein bisschen brutal, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Äh, ja, des Weiteren hatte ich ja auch gesagt, dass ich diesmal vorhatte, was mir auch gelungen ist, alle Feen zu befreien. Ja, die erste Energieflasche, die ihr ja gesehen habt, die ich ja weggelassen habe, habe ich ja auch gesagt, dass ich die mit Absicht weglasse, weil ich ja noch genügend Lebenspunkte hatte und die wollte ich als kleine Reserve aufheben. Am Ende habe ich sie ja doch nicht gebraucht, weil ich am Ende ja mich dann bei dieser Aufladestelle mich aufgeladen habe. Äh, was noch? Ja, kurz vor dem Boss habe ich ja erwähnt, dass im Originalspiel links und rechts, bevor man ja gegen der Königin kämpft, waren ja in der Originalfassung ja, wie gesagt, links und rechts Kokons gewesen. Und im Remake waren sie weg gewesen, nur die Höhleneingänge. Ähm, dann erwähnte ich noch bei der Ameisenkönigin. Und zwar hatte ich ja gesagt, sie sieht aus wie eine Raupe, aber ich habe dann festgestellt, irgendwann, dass sie nicht raupenförmig ist, sondern sie war ja auch in einem riesen Kokon drin gewesen. Und hat wahrscheinlich dem Moment da Eier gelegt oder sonst irgendwas. Als ich dann die Ameise besiegt hatte, erwähnte ich dann auch, also als, als der, als sie Feet sich bedankt hatte und den Helden sie erwähnte mit Freigetränke, habe ich dann auch Spaß gesagt. So sieht ja auch aus, dass er was trinken würde, allein schon sein Aussehen und wie er ein bisschen spricht. Sieht ja aus, als würde er nur am Trinken denken. Ja, bei der Hexe, also als ich die Hexe angesprochen hatte, hatte ich ja das mit dem Kessel einen Joke gemacht. Und zwar, irgendwas mit dieser grünen Kröze im Kessel hatte ich irgendwas gesagt. Ich glaube, ich weiß nicht mal, was ich da für einen Joke gesagt habe. Der ist mir leider wirklich entgangen. Ja, stimmt. Bei der Feen noch bekam ich ja den Kelch viel früher. Nimm mal, im Original, bei der Hexe, war dann auch die Feen und da habe ich dann den Kelch bekommen. Und im Remake habe ich die ja viel früher bekommen, als wovor ich dann wieder bei der Hexe war. Beim Centaurus, also als ich im Helden-Saal war, da bin ich mir ein bisschen unsicher. Da sagte ich ja wahrscheinlich, dass die Stimme zum Centaurus überhaupt nicht passt. Ich weiß, dass ich es im Original so gesagt habe, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich es im Remake gesagt habe. Also, also den Part, wo ich, wo meine Stimme nicht zu hören ist. Äh, ja, dann stimmt, ich erwähnte dann auch noch das mit der Hähnchenkeule, als ich die von der Hexe bekommen hatte. Im Original heißt es Hähnchenkeule und hier im Remake heißt es Hühnerkeule, irgendwie so. Jedenfalls habe ich ja davon erwähnt, dass es davon auch eine Trophäe gibt. Und zwar hatte ich eigentlich gesagt, dass man 50 Gegner mit einer Hühnerkeule besiegen muss. Aber ich habe mal nachgeschaut, es sind nicht 50 Hühnerkeulen, sondern nur 42. Und ich habe erwähnt, dass man nur 30 maximal tragen kann. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal in Ostrien dieses Level mache und dann mal die Hühnerkeule bekomme, wird es sich natürlich nicht verdoppeln, sondern es wird dann wieder 30 sein. Auch wenn ich jetzt nur 1 verbrate, werde ich trotzdem dann nur wieder 3 haben. Das heißt, ich müsste einmal komplett alles weg, also alles verwenden an Hühnerkeulen und dann halt wieder bei der Hexe es wiederholen. Und ich habe gelesen, man kann es nur bei der Hexe bekommen. Das heißt, ich müsste dann wieder komplett das Ameisenlevel durchspielen. Äh, was noch? Ja, nachdem ich ja von diesem Centaurus den Langbogen bekommen hatte, habe ich dann erwähnt, dass es jetzt meine vierte Fernwaffe ist. Jetzt habe ich den Langbogen, die Armbrust, die Messer, die ich werfe und die Speere. Die Hühnerkeule weiß ich nicht, ob die Nahkampf oder Fernkampf ist. Das werden wir dann irgendwann sehen. Und ich habe auch noch gelesen, ihr wisst ja, ich habe ja mal gelesen, dass man für den Glass-Demon ja auch eine Trophäe gibt, weil man ihn nur mit den Armen tötet oder besiegt, habe ich gesehen, dass man auch den Arm werfen kann. Und gut. Ich glaube, da war noch irgendwas, aber die habe ich doch jetzt komplett vergessen. Jedenfalls kommt jetzt heute das schlafende Dorf. Jetzt habe ich genug geredet. Jetzt kommt ein Level, was ich im Originalversion noch nicht geschafft habe, weil ich nicht weiterkam. Aber ich bin hier gespannt. Das sieht schon mal nice aus. Diese Stadt war einst so lebhaft, was das Gegenteil von lebhaft. Todhaft? Ja genau, das ist die Stadt jetzt. Ich habe da noch gelesen, als bei den Trophäen, man soll ja die Dorfbewohner nicht attackieren, weil die ja gut sind. Die wurden ja nur böser gemacht. Ich habe noch gesehen, wenn man ja diesen Togo macht, um schneller zu sein, sollte man die auch nicht anrempeln. Und wenn man die komplett nicht einmal berührt oder so, dann kriegt man auch dafür eine Trophäe. Ich habe auch noch gelesen mit den Nagertieren. Der Meister beherrscht die Dorfbewohner. Tut ihnen nicht weh. Aber den Wachen, die sind auf der Suche nach einem Machtobjekt. Ich habe am Anfang nicht verstanden, welche Wachen, aber die kommen ja später, glaube ich. Siehst du, das ist doch viel zu brutal hier. Jetzt kommt da wieder Blut. Das Gute ist, hier kann man jetzt alles viel besser erkennen. Als im Original. Hat es noch gereicht wie die letzte Flasche oder nicht? Hier stand einst ein Crucifix. Doch der Bürgermeister nahm es mit. Findet Ersatz und seht, wie die Kirche aussehen sollte. Und ich meinte eigentlich mit diesen Schnelllaufen das hier. Man sollte damit die Dorfbewohner nicht anrempeln. Denn wie gesagt, dann kriegt man eine Trophäe. Und es sind verdammt viele. Schmiede-Journal. Der alte Willie Green aus Gallows Town wurde von unseren Lesern zum Schmied der Saison gewählt. Aus seinen hervorragenden Gussformen sind schon viele aufwendige und robuste Eisenwaren und Skulpturen entstanden. Willie verwendet nur die besten Materialien und ist besonders für seine prunkvollen Büsten bekannt. Der alte Willie kommentierte die Ehrung. Pleh, am Blasebald bin ich einfach nicht zu halten. Auf den Rhythmus kommt's an. Auf und ab. Auf und ab. Mich haben schon immer die Geschichten von Stenja Eisenhower inspiriert. Dem größten Schweden aller Zeiten. Da steht nur Eisenhower inspiriert und nicht eins inspiriert. Das geht halt schon mal gar nicht hier. Oh, Gott. Ich möchte gar nicht wissen, wie lange schon der Fisch dort liegt. Die kann man kaputt machen. Apropos kaputt machen. Ich wollte ja noch viele Grabsteine zerstören. Und dafür kriege ich ja auch eine Trophäe. Okay. Was schützt du? Zieh nicht! Der ist verrückt geworden. Oh, fuck. Ist der schnell. Lass mich in Ruhe. Ich bin nur ein Skelett. Der sich bewegen kann ohne Muskeln. Ah, hier. Ist der lehnschmüde? Im Original hat er mich nicht so sehr verfolgt. Uah. Ach, das habe ich schon geholt. Ey, komm. Das ist ziemlich unfair. Darf ich eben mal durch? Was soll der Scheiß? Ich kam da nicht weg? Gut, dass ich die Flasche noch nicht eingesammelt habe, oder? Natürlich hat dieser Idiot es eingesammelt. Anstatt nur das Gold. Daniel, du bist so ein Vollpfosten. Oh, nee, nicht hier. Cool. Cool. Dieser Leichenschänder. Das ist so, dass in den Tiefen des Schlosses Peregrin die Toten ihr Unwesen trieben. Die Toten verdienen Ehrerbietung und dürfen nicht das Spielzeug von Alchemisten sein, erklärte König Peregrin und verbannte Zarok aus dem Schloss. Zaroks lebende Tote wurden aufgespürt und vernichtet. Der nachtragende Zarok tauchte unter und schwor, dass er sich am König rächen würde. Im Original habe ich statt lebende, habe ich lebende irgendwie vorgelesen. Damals bin ich wirklich so bescheuert. Das heißt doch lebende, nicht lebende. Lebende. Ich wusste doch, dass ich das irgendwie falsch ausgesprochen habe. Wieso wird diese Position gemacht? Alomair gingen Gerüchte von üblen Machenschaften und finsteren Taten um. Man flüsterte, Zarok habe Schattendämonen herbeigerufen, um ein riesiges Schloss zu bauen. Dem Schutz der Nacht verließ Zaroks finsterarmee ihre verderbte Zuflucht. Die Armee marschierte nach Süden durch die Silberberge und den Silberwald. Bald darauf gehörten selbst die Kürbisgebiete Zarok. Oh nein! Die Bewohner von Gallows Town riefen um Hilfe. Rettet uns, König Peregrin. Vergeltung wollte rasch und schonungslos. König Peregrins Truppen unter dem tapferen Sir Fortescue verjagten Zaroks Armee aus Gallows Town. Die Freude war groß, doch der Krieg war noch nicht vorbei. Ist euch schon mal aufgefallen, wie Fortescue's Rüstung immer hin und wieder mal wackelt? Und hat er nicht so nackig im Popo? Kann ich mal seine Klappe halten, Alter? Es ist eine Lesestunde. Mann, du Penner. Junge, übertreibst nicht! Arschloch! Doch nicht das? Ich zeig dir das ist, ha, ha, ha! Helden der Geschichte. Eine Retrospektive. Kapitel 1. Stanja Eisenhower war nicht nur der stärkste Mann aller Zeiten, sondern auch als Schmied unübertroffen. Er schlug mit der gleichen Begeisterung auf seinen Amboss wie in der Schlacht den Gegnern die Schädel ein. Man sagt, er hätte nur eines gefürchtet. Das endet der Dorfschmiede als Mittelpunkt handwerklicher Fertigung zugunsten zentralisierter Einheiten. Ha, 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 lächerlich. Ja, richtig. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 3. Jetzt lest doch mal vor, du guck. Kapitel 3. Karl Schildgart verbrachte den Großteil seiner Jugend im belagerten Familienschloss. Er besaß einen unbezwingbaren Zauberschild und folgte dem Motto, Verteidigung ist der beste Angriff. Leider schützte sein Schild ihn nicht vor seinen schlechten Essgewohnheiten. Und so starb er bei einem Festmahl nach einer Schlacht, als er eine Wurst im Ganzen verschluckte. Hätte er lieber Verhütung gemacht. Kapitel 4. Kapitel 4. Kapitel 4. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 5. Kapitel 5. Kapitel 5. und hatte sogar noch Blitze für ihren Gemahl übrig, als dieser schließlich heimkehrte. Der Ärmste. Oh, Schatz, die langen Pausen. Jetzt legt Kapitel 7 vor. Kapitel 7. Dirk Schwertstreich war ein furchterregender Gegner mit Zauberschwert und den festen Glauben, dass nur Frauen sich verteidigen und wahre Männer stets den Angriff vorziehen. Er war Freund und Zeitgenosse von Karl Schildgart und bis zum Ende an seiner Seite. Schwertstreich verkündete bei einem Fest...